und da all das hat den ursprung in mu die arbeit mit den kristallen die energien in den kristall und von kristallen sage ich dann auch zeichnungen einfach die wir jetzt wenn wir channeln wenn wir einen kristall zeichnung bekommen kommt die letztendlich vom allerersten ursprung aus mu und so ähnlich hat man dann die kristalle natürlich in lemurien und in atlantis auch gemacht da kommt dann auch von todt dann der hat da gibt es auch die diese großen kristall tafeln und da die sind alle in verbindung mit und ich denke wenn wir unser bewusstsein auf diese reinheit legen weil das ist ja super rein weil dort hatten wir noch nicht diese angst die wir jetzt haben